Musik Also bei mir ging meine Karriere schon als kleines Kind los sozusagen, als ich ungefähr fünf Jahre alt war, da mein Vater am Theater war und er gefragt wurde, Mensch, du hast doch so süße Kinder, können die nicht mehr mitspielen. Und da habe ich hier am Bayerischen Hof in München, habe ich mit Theo Lingen auf der Bühne gestanden und Tomatensuppe gelöffelt. Und dann kamen die ersten Anfragen für Werbung und kleine Filmchen und ja, dann bin ich eingestiegen in diesen Job. Untertitelung des ZDF für funk, 2017